Der X-Wagen hat eine Fahrgaskapazität von 928 Fahrgästen, damit um 50 mehr ist das Vorgängermodell. Wir haben hier auch ein neues Sitzlayout eingeführt. Die mittleren beiden Wagen sind neu ausgestattet mit Mehrzweckabteilen. Zum einen ein Bereich für mobilitätseingeschränkte Personen, zum anderen ein Bereich, wo Fahrräder und Kinderwagen untergebracht werden können. Das multifunktionale Design des X-Wagens zieht sich bis zum Fahrradstand durch. Hinter dem Fahrradstand gibt es wieder einen Bereich für mobilitätseingeschränkte Personen. Apropos Fahrradstand, der Zug kann auch vollautomatisch fahren auf den Linien, wo ein vollautomatischer Betrieb vorgesehen ist. Die wohl sichtbarste Innovation für den Fahrgast im neuen X-Wagen ist die neue Fahrgastinformation Plus, wo wir auf der Ausstiegsseite Bilder sehen von der kommenden Station. Der Fahrgast kann sich informieren, in welche Richtung er den Zug verlassen soll und welche Anschlussverbindungen ihn auf dieser Station erwarten. Auf der Nicht-Ausstiegsseite befindet sich ein dynamischer Netzplan. Hier wird dem Fahrgast angezeigt, auf welcher Linie er sich befindet. Die Linie ist hervorgehoben. Und mittels Animationen wird dem Fahrgast auch gezeigt, bei welcher Station sich der Zug gerade befindet. Die Fahrgastinformation Plus trägt dazu bei, dass die Fahrgastwechselzeiten um 15% reduziert werden können, weil die Fahrgäste im Vorfeld informiert sind, was sie an der nächsten Station erwartet. Der X-Wagen ist auch ein gewichtsoptimiertes Fahrzeug. Wir sind um 8% leichter als die Vorgängergeneration. Das beginnt beim Drehgestell, geht über den Wagenkasten bis hin zur Innenausstattung, aber auch unsere neue Innovation, die druckruftfreie Bremse. Wir als Siemens Mobility freuen uns sehr, dass der X-Wagen jetzt in den Fahrgastbetrieb kommt. Damit geht eine Geschichte weiter, die bereits 1970 begonnen hat. Wir freuen uns sehr, dass der Betrieb nun beginnt, nach fünf Jahren intensiver Projektarbeit, wo ein hochmotiviertes Team in Wien für Wien den X-Wagen gebaut hat unter tatkräftiger Unterstützung und guter Zusammenarbeit mit den Wiener Linien.